Hey und herzlich willkommen zu einem RPG Maker relevanten Video. Heute geht es um das AM-Archiv, die große Downloadmöglichkeit für deutschsprachige RPG Maker Retro Pixel RPGs. Wenn ihr euch erstmal fragt, was ist der RPG Maker, was ist diese Community, was sind Pixel RPGs aus der deutschsprachigen Maker Szene, hier habe ich ein Video unten drunter verlinkt, wo ich das alles nochmal erkläre, wo ich euch das Thema dieser Indie Pixel Community vor allem aus den 2000ern näher bringe. Jetzt geht es aber um das AM-Archiv und zwar die große Downloadmöglichkeit eben von RPG Maker Spielen. In der Szene war es lange Zeit so, dass eine zentrale Downloadmöglichkeit für fangemachte Hobbyprojekte für RPGs nicht existierte. Es gab ja ganz früher das RPG Atelier, also das gibt es noch, aber da gab es die Downloadmöglichkeit über die Hauptseite, wo das alles sehr schön kategorisiert war. Wir wissen das alle, jeder der aus der RPG Maker Szene kommt, das wurde entfernt aus urheberrechtlichen Bedenklichkeiten. Dann gab es ein Fan-Archiv, das dann im Forum des RPG Ateliers aufgezogen wurde. Das wurde dann allerdings vom RPG Atelier auch entfernt, weil die das dann eben gehostet haben und durch die gerippten Ressourcen in den RPG Maker Spielen ist ist es dann eben ein urheberrechtliches Risiko. So fehlte es lange Zeit, vor allem in den letzten Jahren dann, also vor einigen Jahren noch, bevor das AM-Archiv in Aktion trat, fehlte es einer zentralen Downloadmöglichkeit und das war, zum einen war es einfach schade, weil viele kleinere Projekte vor allem dadurch verloren gingen in den Weiten des Internets. Auf der anderen Seite war es aber auch fatal, weil man Außenstehenden, die jetzt nicht so affin sind mit der RPG Maker Szene, wo muss ich suchen, wo finde ich was, welches Projekt war von welchem Entwickler. Diese Leute hatten keinen Zugang zu den Spielen mehr. Die mussten dann, wenn sie sich wirklich, wirklich, wirklich die Mühe gemacht haben, und das war sehr selten der Fall, mussten sie dann ins Forum gehen und mussten fragen, hey, ich suche das und das Spiel, wo bekomme ich das her? Das passiert heute immer noch, aber sehr viel seltener, denn es gibt das AM-Archiv. Das AM-Archiv ist ein Hobbyprojekt, wie es auch zum Beispiel das Makerpendium ist, das Wikipedia für die RPG Maker Szene und wurde eben von Fans für Fans ins Leben gerufen, um eine zentrale Downloadstelle für möglichst sämtliche deutschsprachige RPG Maker Spiele zu haben oder eben solche Spiele, die im deutschen Raum eine gewisse Popularität erlangt haben, die vorgestellt wurden. Auch Englischsprachige gehören da teilweise dazu. Übersichtlich, mit Beschreibung, mit Bildern, in den allermeisten Fällen, mit den wichtigsten Daten, hat ein jedes RPG Maker Spiel, das man im deutschen Raum kennt, dort eine Seite und ist zum Download angeboten. Dort bekommt man alles, wonach man sucht, dort findet man wirklich zentral alles. Da hat man sich keine Gedanken wegen der Urheberrechtslage gemacht, im positiven Sinne, man hat das auf sich genommen und hat dort die Spiele angeboten. Und das ist ganz, ganz wichtig, sowohl für die Szene als auch für Außenstehende, dass es eben diese eine zentrale Anlaufstelle gibt. Es gibt der Szene diese Struktur, die sie braucht, um die Spiele eben weiter verbreiten zu können, die mit so viel Leidenschaft in den allermeisten Fällen gemacht wurden. Nachdem ich nun etwas darüber erzählt habe, könnte ich noch weiter erzählen. Ich werde es aber vorziehen, euch das Archiv einmal selbst auf meinem Computer zu zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt kurz rüber und werfen einen Blick darauf, auf diese zentrale Spiele-Datenbank. Bis gleich. Und da sind wir im RM-Archiv. Immer mit einem neuen, coolen Retro-Logo hier dabei. Sehr schön. Einigermaßen übersichtlich. Man sieht, worum es geht. Es ist das RPG-Maker-Archiv für die Spiele und andere Dinge. Und wir gucken uns das Ganze mal chronologisch an. Gehen mal durch, was es hier gibt. Hier ist erstmal eine Oldschool-Shoutbox. Hier kann man so Sachen schreiben und mitteilen auf der Hauptseite. Hier haben wir Zufallsspiele. Also alle Spiele, die so gehostet sind, können hier auftauchen. Wunderbares Beispiel gleich. Das ist ja einfach wunderschön. Das muss ich gleich mal öffnen. So, vielen Dank. Genau. Also da sind dann immer die Zufallsspiele. Hier haben wir Tags. Spiele, die hier gehostet sind, können ja alle mit Tags versehen werden. Und die kann man dann hier gleich nachgucken, falls man da was Interessantes sieht. Statistiken hier rechts. Was man so hat. 2301 Spiele momentan gehostet. Top Benutzer, die aktiv sind. Der Discord des RM-Archivs. Die aktuellsten Foren-Threads. Es gibt also ein Forum hier mit dabei. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann eben hier Neuigkeiten, die so von der Administration des RM-Archivs mitgeteilt werden. Hier tolles Retro-Logo wieder. Hier haben wir ausgewählte Screenshots. Neuesten hinzugefügten Spiele im Archiv und natürlich auch die neuesten veröffentlichten Spiele. Also ganz aktuelle Spiele, die hier noch mit dabei sind. Und dann auch hier Top of the Month, Top of All Time. Ich verstehe nicht ganz genau, wie diese Liste hier zusammenkommt. Denn nur die wenigsten Spiele hier sagen mir etwas. Und das sind definitiv nicht die besten aller Zeiten. Aber gut, das sei dem Archiv überlassen. Das ist also die Hauptseite. Um die Spiele, um die es natürlich hauptsächlich geht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Hier kann man sich News angucken, was so wichtig ist innerhalb der Szene. Das ist dann eher für Szene-Mitglieder wichtig. Ressourcenübersicht. Was ist so wichtig? Hier hat man vor allem die One-Time-Package-Daten mit dabei, die man braucht, um viele RPGs überhaupt spielen zu können. Es ist hier alles mit zum Download angeboten. Hier haben wir nochmal, sehe ich gerade, Audio, Grafik, Skripte und Tools. Also alles dabei, was man auch so als Entwickler innerhalb der Szene braucht. Hier haben wir die Entwickler. Das heißt, es sind auch Entwickler mit aufgeführt. Gucken wir mal durch. Blue Star. Genau. Hat dann hier, ach und genau, dann sehen wir hier seine Spiele, was man jeweils so entwickelt hat. Sehr, sehr gut. Wenn ihr also zum Beispiel Calvin, Marlex oder Grandy kennt, könnt ihr die hier auch eingeben. Machen wir doch gleich mal Marlex von Vampire Storm. Haben wir jetzt nicht gefunden. Gut. Vielen Dank, liebes Archiv. Gut. Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. So, ich wollte das Archiv jetzt nicht hier bloß stellen. Die Suche haben wir hier auch nochmal mit dabei. Gucken wir doch mal nach einem RPG-Maker-Spiel. Gucken wir nach Zwielicht von Calvin. Finden wir es? Ja, wir finden es. So, haben wir es dabei. Gucken wir doch mal nach Unterwegs in Düsterburg von Grandy. Dürfte auch kein Problem sein. Ihr seht es. Es macht sich ganz übersichtlich. So. Wunderbar. Spiele gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Das Forum. Es gibt ein Forum. Dort werden einige Sachen besprochen. Es werden Listen gehostet. Maker-Kanäle haben wir zum Beispiel. Da werden wichtige YouTube-Sachen gehostet, die dann für die Szene relevant sind. Spiele, die nicht starten. Reparatur-Werkstatt für Maker-Spiele, falls man da Hilfe braucht. Die Links-Trailer. Da ist einiges dabei. Community-Forum gibt es. Also da tauscht sich die Community aus. Das Forum vom AM-Archiv ist nicht so aktiv. Also da da tobt jetzt nicht der Bär. Aber das ist auch in Ordnung, denn es ist ja allen voran ein Archiv. Und ich finde es aber schön, dass hier noch ein kleines Forum mit dran gehängt ist. Falls ihr euch da in irgendeiner Form mit austauschen wollt. Ein FHQ für die wichtigsten Fragen ist dabei. Und dann kann man sich eben auch anmelden und registrieren, einsenden, mitarbeiten. Kann man alles machen. Jetzt gucken wir uns aber, ach nein, die Awards, die haben wir noch übersprungen. Man kann sich hier die wichtigsten in der Szene vergebenen Awards angucken. Also Preise, die für Spiele vergeben wurden. Spiel des Jahres, Demo des Jahres. Ist eine gute Option, wenn man nochmal die Crème de la Crème der Maker-Szene erstmal durchgehen möchte und sich angucken möchte, was da so den Preis gewonnen hat. Hier haben wir zum Beispiel den Goldenen Deji. Und dann findet man hier eben wirklich das Beste vom Besten in der Regel. Wunderbar. So, jetzt dürfte ich aber alles haben. Genau. Gucken wir uns die Spiele an. Wenn wir hier auf die Spieleübersicht gehen, dann finden wir das auch erstmal grundsätzlich alphabetisch geordnet. Gucken wir uns zum Beispiel mal hier Fun Game an mit dem Strich davor. Hat jetzt, na gut, hat jetzt nicht viele Tags. Gucken wir uns Flow an. Haben wir hier noch die Tags dabei, die wichtig sind. Die kann man ganz individuell zustellen. Walking Simulator, Traum, Horror. Horror ist zum Beispiel, wenn man Horrorspiele möchte, sehr, sehr nützlich. Wunderbar. Kommentare. Gibt's jetzt nicht bei vielen Projekten. Ist klar, weil das einfach ein Archiv ist und weniger eine Vertriebsplattform, beziehungsweise eine Community-Plattform, wo wirklich aktiv kommentiert wird. Das lesen sich dann die wenigsten durch. Hier können wir nochmal sortieren. Titel, Entwickler, Release-Datum erstellt am. Wir können das abvoten und downvoten und danach sortieren. Popularität, Kommentare. Ordnen wir doch mal nach Kommentaren. Ja, ob das jetzt so funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber es ist möglich in der Theorie. Wenn wir uns dann nochmal speziell die Seiten angucken, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir nochmal Zwielicht? Nein, wir nehmen jetzt, nehmen wir jetzt mal nicht eins der russischsprachigen Spieler. Wir nehmen mal Vampire Stone 2, was wirklich geschah. Oder ja, nehmen wir das. So. Also, so sind die aufgebaut. Man sieht hier einige aussagekräftige Titel-Screens. Bis zu acht Stück. Wenn es nicht acht Stück sind, sehen wir dann das. Also, da kann man sich einigermaßen gut ein Bild machen. Eine kurze Beschreibung ist bei den meisten Spielen dabei. In vielen Fällen ist die auch länger als das jetzt. Benutzer-Credits, wenn sie wichtig sind, wer hat was mitgemacht. Hier ist ein Link für das Spiel, wo man es teilen kann. Kommentar und Kommentarsektion. Und hier eben die Hinweise, bitte nicht spam. Wir haben den Maker dabei, mit dem es entwickelt wurde. Vollversion Demo abgebrochen, etc. Der Entwickler ist dabei, hier wieder mit seinen Spielen vertreten. Release-Datum, welcher User es eingesendet hat, eben im Archiv das Datum. Die Popularität, da würde ich nicht zu viel drauf geben. Die ist nicht wirklich aussagekräftig und ich habe auch nicht ganz verstanden, wie das hier alles funktioniert. Die sagt nichts aus. Man kann das Spiel melden, falls es wirklich gegen enorme Regeln des Anstandes verstößt. Downloads. Hier ist der Download, das ist das wichtige Fenster. Unten rechts, hier sind nochmal die Tags und hier ist der Download. Hier sehen wir die Anzahl der Downloads. Und was ganz wichtig ist, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, gehen wir zum Beispiel mal auf das normale Vampire Storm 2. Da zeigt sich das ganz gut. So, man kann nämlich bei den Downloads in den meisten Fällen auch ältere Versionen downloaden. Man kann hier also wirklich ganz, ganz viele Versionen downloaden. Und das finde ich beeindruckend, denn klar, viele wollen wahrscheinlich die älteren Versionen gar nicht. Warum sollte man das auch wollen? Aber wenn man es denn doch möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es hier die Möglichkeit dazu. Das ist gerade für ein Archiv, das eben wirklich die Spiele festhalten möchte, in ihren Versionen ist das unheimlich wertvoll. Und dafür gibt es auch von mir ganz viele Bonuspunkte, dass man hier einzelne Versionen von Spielen, so wie sie verfügbar waren, downloaden kann. Hier haben wir zum Beispiel ganz viele Text dabei, Kommentare dabei. Und so sind die Seiten aufgebaut. Es ist relativ selbsterklärend. So viel hätte ich eigentlich gar nicht dazu sagen müssen. Gucken wir uns nochmal ein Herz und eine Seele an. Ach, ist das toll. Schön. Wunderbar. Das ist Qualitätsstoff. Das werde ich mir nachher gleich saugen. und die ganze Nacht spielen. Hier haben wir auch die Beschreibung mit dabei. Genau. Es ist, wie gesagt, relativ selbsterklärend. Hier gibt es alle RPG Maker Spiele, von denen man so weiß. Falls ihr irgendwas braucht, holt es euch hier. Hier kann man auch einfach mal durchstöbern. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr euch downloaden sollt, wenn ihr zornig seid, weil ihr nicht wisst, was ist denn jetzt das Beste, dann könnt ihr ja zum Beispiel auf meinem Kanal oder bei einschlägigen anderen Kanälen gucken, was gibt es so. Ihr könnt auf meiner Website gucken, da habe ich ganz viele Reviews und Empfehlungen und die werden auch noch kommen. Und im Forum kann man natürlich auch immer gucken, was es so gibt. Ansonsten guckt bei den Awards. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Hinweis. Spiel des Jahres. Haben wir gar nichts. Gucken wir mal an. Haben wir hier 2005, ein Spiel des Jahres. Jawohl. Sunset over Emdale. Ganz, ganz großes RPG. Oder eben, was ich vorhin auch hatte, der goldene Deji. Das ist ein Award, der im RPG Atelierforum vergeben wurde. Und hier sehe ich ganz, ganz viele, ganz, ganz große Sachen. Also, man findet schon, was man braucht. Das AM Archiv. Zentraler Download für alle RPG Maker Spiele und Programme damit in Verbindung stehend. Ich bedanke mich an der Stelle an alle, die für das AM Archiv verantwortlich sind, die dort mitarbeiten, die Spiele eingesendet haben, die sich in irgendeiner Weise beteiligt haben. Vielen, vielen Dank. Ihr macht ganz wichtige Arbeit. Ohne euch würden wirklich ganz, ganz viele wichtige Spiele verloren gehen. und man könnte die Szene weniger repräsentieren, präsentieren und strukturieren. Dankeschön. An euch, danke, dass ihr hier dabei seid. Falls ihr Spiele wollt, holt sie euch hier. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es um den RPG Maker oder ein anderes Thema in der Staubstube geht. Dankeschön. Bis dahin. 2. 3. 4. Mm. 3. 7.